Göttliches Verweilen Religionen antworten auf zutiefst menschliche Bedürfnisse. Sie zeigen, wie wir uns im Leben besser zurechtfinden und es heller und freudvoller gestalten können. Zugleich aber weisen sie über die menschliche Dimension hinaus. Sie sprechen von der Möglichkeit, sich zu wandeln und unbekannte Potenziale in sich zu wecken, die bislang verkümmert waren oder ungenutzt geblieben sind. Folgen wir diesem Weg lange genug, entfalten sich in uns Eigenschaften, die über die alltägliche Art weit hinausgehen, ja geradezu übermenschliche Qualität annehmen. Ob wir sie dann himmlisch oder göttlich nennen, tut wenig zur Sache. Auf jeden Fall kommen wir in Kontakt mit einer anderen und höheren Ebene unseres Erlebens und Fühlens. Unser Herz schlägt nach einem anderen Takt. Unser seelischer Aufenthaltsort ist ein hellerer, weiterer, höherer geworden. Buddhisten sprechen in diesem Zusammenhang oft von den göttlichen Stätten des Verweilens. Den Brahma-Vihara, wie sie in der Sprache des Erwachten heißen. Die alte indische Tradition sieht Brahma als ein hohes übermenschliches Wesen. Er ist Vorbild und Repräsentant eines überaus erhabenen geistig-seelischen Zustandes. Alles Kleinliche und Beschränkte, Enge und Unwürdige ist im Fremd. Ein Brahma ist in vollkommener Harmonie mit sich selbst und anderen. Aversion und Ärger, Neid und Unruhe kennt er nicht. In ihm zeigen sich vielmehr vier bemerkenswerte Herzensqualitäten, vier segensreiche Haltungen empfindenden Wesen gegenüber. Wenn ein Brahma anderen Lebewesen begegnet, lässt er sich allein von Güte oder Liebe, von Mitempfinden, von Freude und von Gleichmut leiten. Buddhisten nennen diese vier heilsamen Gemütsverfassungen Meta, Karuna, Mudita und Upeka. Unermesslicher Geist Liebende Güte, Mitgefühl, Freude und Gleichmut werden im Buddhismus als grenzenlose Geisteszustände bezeichnet. Denn sie wachsen immer weiter und können nicht ermessen werden. Je mehr sie Liebe praktizieren, desto mehr wird ihre Liebe zunehmen, bis sie keine Grenze mehr kennt. Je mehr sie sich in Mitgefühl üben, desto größer wird es. Je mehr Freude sie kultivieren, desto mehr Freude werden sie spüren und mit anderen teilen. Je mehr sie verstehen, desto mehr lieben sie. Je mehr sie lieben, desto mehr verstehen sie. Beide sind zwei Seiten einer Wirklichkeit. Der Geist der Liebe und der Geist des Verstehens sind ein Geist. Der Geist des Verstehens sind ein Geist des Verstehens. Der Geist des Verstehens sind ein Geist des Verstehens. Der Geist des Verstehens sind ein Geist des Verstehens.